Die jungen Menschen werden in unserem Landkreis Tierschenreuth immer wenig und relativ gesehen. Die älteren Menschen werden mehr. Das ist aber gar nicht so schlecht für die jungen Leute, denn sie sind wertvoll. Und sie werden gebraucht. Sie werden gebraucht für die Arbeit, sie werden gebraucht für die Vereine, sie werden gebraucht für die ehrenamtliche Arbeit. Den jungen Menschen muss keine Angst werden, solange es gelingt, dass wir noch mehr zukunftssichere Arbeitsplätze in unseren Landkreis hereinholen. Ein junger Mensch, der Arbeit hat, wandert nicht ab. Und dann muss auch uns Älteren keine Angst werden.